Elisha Elisha hat sich im Laufe der Jahre verändert. Er hat sich aufgegeben. Er bekommt starke Sedativer. Aber dafür gibt es einen Grund. Er ist zu schlau für sie. Bald bist du nicht mehr allein. Du hast zwei neue Freunde. Sie drei sind davon überzeugt, besondere Fähigkeiten zu besitzen, wie man sie aus Comicbüchern kennt. Ich habe für diese Art Störung eine wirksame Therapie entwickelt. Dieses Licht zwingt eine andere Identität dazu zu übernehmen. Boah, Boah, Signora! Ich will meinen Kopfhörer wieder! Weg von der Steuerung, kleines Entchen! Die Bestie ist unbesiegbar! Sie schütteln also nicht meine Hand und lassen mich hier rausmarschieren? Schön für Sie. Was wollen Sie? Ich möchte wissen, ob die Geschichten über dieses außergewöhnliche Wesen wahr sind. Darf ich die Bestie kennenlernen? Ich bin Mary Reynolds. Ich brauche deine Fähigkeiten, um uns alle hier rauszuholen. Und der Welt zu zeigen, dass wir existieren. Es klingt, als würden die bösen Jungs sich zusammentun. Glaubst du, dass du ein Racheengel bist? Partner? Ich glaube daran. Rüche uns. Ich muss hier rauskommen, bevor er es tut. Die können hier nicht raus. Immer unterschätzen Sie das Genie. Es hat angefangen. David, ich habe jemanden gefunden, der all deine Fähigkeiten erfordert. Du solltest dich nicht verstecken müssen. Vielleicht möchtest du versuchen, uns aufzuhalten. Viele Menschen werden sterben. Also, wer hätte gern ein Erdnussbutter-Sandwich? Wir sind nicht dazu bestimmt, solche Kräfte zu besitzen. Endlich werden wir alle zusammen der Welt zeigen, wozu wir fähig sind. Ihr müsst sie raus. Was haben Sie getan, Elijah? Glas. Was haben Sie getan? Was haben Sie getan, dass Sie wieder cliffhören? Was haben Sie gesagt, wer hatte? Was haben Sie getan? Und Sie haben noch gelesen.